Herzlich willkommen zu unserer Reise von Aristoteles zur Stringtheorie. Da sind wir ja jenseits des Standardmodells schon angekommen und wir haben schon versucht, die Kräfte zu vereinheitlichen. Ja, das war nicht ganz so chancenlos. Hätten wir noch ein paar zusätzliche neue Teilchen zur Verfügung, die dann geeignete Quantenfluktuationen oberhalb von 10 hoch 12 Elektronenvolt so etwas beitragen könnten. Nur die alles entscheidende Frage ist halt jetzt, woher nehmen wir diese Teilchen? Und da gibt es einen Ansatz, der ist sehr vielversprechend. Also die Theoretiker hätten das gerne, sagen wir mal so. Das ist die Supersymmetrie, kurz SUSI. Und das wollen wir uns mal genauer anschauen. Jenseits des Standardmodells, das hört sich jetzt erstmal nach einer offenen Spielwiese an, nach völliger Narrenfreiheit, wo wir nach Lust und Laune Teilchen definieren können. So einfach ist das aber jetzt eben nicht. Weil wir stehen, um es mit Newton zu halten, auf den Schultern von Riesen. Wir haben diesen ganzen Unterbau, diese Symmetrien, diese Gesetze, diese ganzen Ladungsbetrachtungen, Wechselwirkungen, das Gruppentheorie, alles was wir ja hier schrittweise durchgearbeitet haben, das muss ja weitergeführt werden jetzt in irgendeiner Hinsicht. Also das setzt ganz klare Leitplanken, innerhalb derer wir uns bewegen müssen. Das gibt ein Korsett vor. Wenn Sie sich erinnern, ganz zu Beginn hatte ich mal dieses Bild skizziert mit dem Malen nach Zahlen, wo wir ganz viele Punkte haben in Form dieser empirischen Daten. Und dann müssen wir ein Weltbild zeichnen, das eben durch alle diese Punkte passt. Und Sie haben jetzt in über 50 Folgen ja schon gesehen, dass hier ganz viele Punkte auf diesem Bild hier irgendwie berücksichtigt werden müssen. Insbesondere wird es schwer mit den Symmetrien. Also erinnern wir uns noch mal kurz, es ist jetzt so gewissermaßen Imagination in der Zwangsjacke, also wir haben diese Leitplanken und jetzt müssen wir uns was Neues hier ausdenken, was aber mit dem Alten konform bleibt. Wie war das mit diesen Symmetrien? Wir hatten gesehen, wenn man zu einer beliebigen Zeit ein Experiment aufbauen kann, ohne dass es etwas an den Naturgesetzen verändert, dann haben wir Energieerhaltung. Dann haben wir gesehen, wenn es an einem beliebigen Ort stattfinden kann, wenn der Ort keine Rolle spielt, also Orts-Translations-Invariant ist, um in dem Jargon zu bleiben. Also der Ort ist frei wählbar, dann war das die Impulserhaltung. Das war ja alles schon aus diesen Betrachtungen der Lagrange-Funktion hervorgegangen. Also da muss man doch gar nicht so tief einsteigen. Ich soll es noch mal ganz kurz hinschreiben. Also wir hatten gesehen, die Lagrange-Funktion war einfach die kinetische Energie minus die potenzielle Energie. Und da hatten wir einen Lösungsformalismus vom lieben Hamilton und Euler und Lagrange. Und die haben uns einfach gelehrt, okay, du musst nur nach der Zeit ableiten, und zwar das, was sich ergibt, wenn du dieses L nach dx Punkt differenzierst. Und davon ziehst du ab dl nach dx und das muss 0 sein. Das war diese fulminante Erkenntnis. Und da steht schon alles drin. Weil wenn ich jetzt hierher gehe und ein c hinzuaddiere, wenn ich also zu dieser Lagrange-Funktion eine Konstante hinzufüge, dann fällt die jetzt hier erstmal raus, weil hier ist nur die Rede von Ableitungen und eine Konstante, egal wo noch abgeleitet, gibt 0. Also hier gibt es schon eine gewisse Freiheit in der Formulierung dieser Lagrange-Funktion. Das ist mal das eine, was man hier sofort erkennt. Und, was man auch sieht, um bei dem Beispiel mit dem Ort zu bleiben, ganz konkret, was heißt das? Der Ort spielt keine Rolle. Die Lagrange-Funktion nach dem Ort, also nach x, nach dem Ort abgeleitet, ist also 0. Das darf ja keine Rolle spielen. Was steht dann da? Irgendetwas, nämlich die Lagrange-Funktion nach dx Punkt, also irgendetwas, die Änderung dieses Irgendetwas muss 0 sein. Die Änderung von etwas mit der Zeit muss 0 sein. Wenn sich etwas nicht ändert in der Zeit, dann ist es eine Erhaltungsgröße. Dann ist es konstant. Also man sieht das unmittelbar an dieser einfachen Betrachtung. Und was genau wäre es jetzt, also wenn wir ein völlig kräftefreies Teilchen haben, nur die kinetische Energie, 1,5mv², 1,5mx², also abgeleitet nach x Punkt, gibt m mal x Punkt, Masse mal Geschwindigkeit ist der Impuls, der Impuls ist erhalten, fertig. Es ist unmittelbar in dieser Lagrange-Betrachtung schon enthalten. Also, wenn es dann zusätzlich noch nicht mal eine Rolle spielt, in welche Richtung wir schauen, dann haben wir eine Drehimpulserhaltung. Und immer ist mit einer solchen Symmetrie, also eine Erhaltungsgröße, ganz klar verbunden. Wie war es noch mit der Ladung? Ladungserhaltung war ja auch eine Größe, die wir in eine Symmetrie übersetzen wollten. Das hat uns dann Richtung Eich-Symmetrien geführt. Der liebe Herr Weil, all das haben wir ausführlicher behandelt. Also was haben wir jetzt noch auf der Pfanne? Welche Erhaltungsgröße könnten wir jetzt noch verwenden, um hier eine Symmetrie zu konstruieren, die dann vielleicht gebrochen werden kann, um oberhalb einer Energie irgendwelche Teilchen zu haben, da wo wir sie gerne bräuchten, zum Beispiel um die vereinheitlichte Theorie hinzubringen, weil sie da zusätzliche Quantenfluktuationen veranstalten, die dann die Kräfte abschirmen und all diese Geschichten. Aber unterhalb einer bestimmten Schwelle, da sollten sie dann bitteschön nicht mehr sein oder bestenfalls noch ein letzter Mohikaner von diesen Teilchen. Alle anderen Teilchen müssten dann zudem zerfallen sein. Aber welche Symmetrie könnten wir jetzt hier noch verwenden? Was haben wir noch so in unserem Bauchladen der theoretischen Physik an Erhaltungsgrößen? Eine Größe haben wir noch zur Verfügung. Die bleibt uns noch, um eine weitere Symmetrie daraus zu konstruieren. Eine Erhaltungsgröße, eine Quanteneigenschaft. Und das ist der Spin. Natürlich sind wir längst über dieses Bild hinaus, dass sich hier irgendwas dreht. Das hatten wir ja schon gesehen, dass bei einem Elementarteilchen wie einem Elektron, das jetzt ein Spin von h quer halbe aufweist, und einen Radius von 10 hoch minus 18 Metern, also würden wir hier eine echte Drehung unterstellen, dann wäre die Oberflächengeschwindigkeit längst weit jenseits der Lichtgeschwindigkeit. Also das widerspricht allem, was wir hier als Fundament unter uns haben. Ergo, da dreht sich nichts, aber wir haben trotzdem eine Eigenschaft, eine Erhaltungsgröße, eine quantenmechanische Eigenschaft. Und anhand dieser Eigenschaft teilen wir die Welt ein in zwei Lager. Die einen, die wir Bosonen nennen, die die Kräfte vermitteln, wir haben gesehen, Photonen, den Elektromagnetismus, W- und Z-Bosonen, die schwache Wechselwirkung, all diese Geschichten, die weisen einen Spin auf von h quer oder ganzzahligen Vielfachen davon, also zwei h quer und solche Geschichten. Das sind die Bosonen. Dann haben wir die Sermionen, die den Spin h quer halbe aufweisen oder ganzzahlige Vielfache davon, beziehungsweise ungeradzahlige Vielfache, sonst kommen sie ja, wenn sie es zweimal nehmen, zu h quer. Das heißt also, sie haben hier h quer halbe, dreihalbe h quer, fünphalbe h quer oder solche Überlegungen. Alles, was wir jetzt bräuchten, wäre eine Symmetrieoperation, die das eine Lager, dieser h quer halbe Teilchen, also das, was Materie konstituiert, überführt in das andere Lager mit h quer. Das sind ja die Austausch-Bosonen, die Kraftteilchen, gewissermaßen. Und mir ist bewusst, das ist jetzt ein hoher Abstraktionsgrad, aber eigentlich ist nicht viel dahinter. Wir gehen einfach in einen Raum, in einen übergeordneten Raum, in dem eine solche Drehung jetzt möglich ist, eine Symmetrieoperation, ohne, dass sich jetzt natürlich irgendwie mit dem Spin da was dreht oder so, sondern einfach nur eine Symmetrieoperation, die wir wieder als Drehung definieren. Wir hatten doch auch durch Drehungen schon mal die Farbladungen verändert, von Gluonen oder Quarks beispielsweise. Ebenso abstrakt drehen wir jetzt einfach in diesem Raum diesen Spin mit h quer halbe und h quer. Und wie könnte man sich das jetzt geometrisch vorstellen? Wie wollen wir jetzt die Teilchen in diesem Raum platzieren, gewissermaßen? Machen wir es uns nicht schwerer, als es sein muss, nehmen wir gleich mal das einfachste Teilchen. Was hätten wir da? Ein Teilchen mit dem Spin 0, das Higgs-Teilchen. Wunderbar, als Higgs-Teilchen können wir in diesem Raum beliebig setzen, an einem beliebigen Punkt, und es entspricht dort einem Punkt, weil der Spin 0 erstmal invariant ist gegenüber jeder möglichen Drehung, die wir uns hier in diesem Raum auch nur vorstellen können. Wenn Sie so einen Punkt drehen, bleibt es halt dieser Punkt. Tolle Geschichte, Higgs-Teilchen hätten wir schon mal platziert. Als nächstes kommen die Bosonen, Spin h quer, und ganz zahlige Vielfache davon. Wie wollen wir die jetzt repräsentieren in diesem Raum? Wir können die auch an irgendeinem Platz setzen. Aber wir brauchen jetzt eine Symmetrieoperation. Wenn wir sie als Pfeile annehmen, als Vektoren, deshalb nennt man sie übrigens auch gerne Vektor-Bosonen, dann würde das folgendermaßen aussehen. Eine Symmetrie hätten wir dann gegeben, wenn ein solcher Pfeil einmal komplett herumgedreht wird, um 360 Grad, dann sieht er wieder genauso aus wie vorher. Also, wir wären invariant unter Drehung um 360 Grad, in diese abstrakte Drehung in diesem Raum. Und das wäre jetzt H quer. Wie sieht das jetzt aus für Bosonen mit 2 H quer? Naja, das ist für unseren Platzanweiser in diesen abstrakten Raum hinein jetzt auch kein großes Problem. Er weist die Plätze zu, die halt schon nach 180 Grad Drehung identisch sind, also invariant. Ja, das sind halt alle Pfeile, die oben und unten gleichermaßen aussehen. Die sind invariant nach einer halben Drehung. Das war es schon. Damit sind alle Bosonen hier erstmal platziert. Die haben sich schön kuschelig bequem gemacht jetzt hier, auf komfortablen Vektorsitzen. Das ist so ähnlich wie die Business Class bei dem Boarding eines Passagierflugzeugs. Und dann kam jetzt die Business Class jetzt voll, da drückt das gemeine Fußvolk herein, also die Materie, die H quer halbe Teilchen. Fermionen wollen irgendeinen Platz in die Economy Class. Da gibt es halt jetzt leider keine schönen Pfeilsitze, Vektorsitze, weil wir da nichts geeignetes haben, was wir entsprechend drehen könnten. Das ist wie im richtigen Leben. Die Materie muss jetzt hier in die weniger komfortablen Economy Sitze. Und da sind wir schon bei der entscheidenden Frage. Es ist eigentlich eine Gerechtigkeitsfrage. Gibt es ausgleichende Gerechtigkeit in der Welt der Elementarteilchen? Gibt es Gerechtigkeit im Universum? Gibt es also für all die verwöhnten Bosonen auch Sitze und Plätze in der Economy Class? Und die gebeutelten Materieteilchen haben die vielleicht auch komfortable, reservierte Sitze in der Business Class? Anders gefragt, wenn es diese Plätze gäbe, könnte es sein, dass da schon jemand drauf sitzt? Das ist genau die Idee der Supersymmetrie. Wenn es also eine Transformation gibt, die diese Economy und Business Class ineinander überführt und diese Plätze tatsächlich auch schon besetzt sind, Wenn also zu jedem Boson ein Fermion existiert und zu jedem Fermion ein korrespondierendes Boson, dann hätten wir zusätzliche Sitze, zusätzliche Teilchen jenseits des Standardmodells, sogenannte supersymmetrische Teilchen, die wir wunderbar verwenden könnten für Quantenfluktuationen und noch weit darüber hinaus, wie wir noch sehen werden. Das ist der Grundsatz, das ist die eigentliche Idee. Eine grundlegende Symmetrie in diesem Universum zwischen Materie und Kräften, das ist natürlich ein Charme, dieser Supersymmetrie, dem können sich nur ganz wenige Theoretiker entziehen. Das hat natürlich Esprit in der Zwangsjacke, sozusagen. Es gibt halt die große Spaßbremse, die gewaltigste überhaupt in der theoretischen Physik und das ist der Large Hadron Collider und der will halt partout solche Teilchen nicht aufspüren. Das ist die Krux dabei. Also so der Bereich, so bis 400 GeV, der ist eh schon zuverlässig abgegrast. Die Treibjagd hat sich jetzt längst auf bis zu 600 GeV hochgeschraubt. Auch da können wir keine supersymmetrischen Teilchen aufscheuchen. Irgendwie sieht es da schlecht aus. Aber das kümmert uns Theoretiker wenig. Wir sind schon ein Stück voraus, gewissermaßen. Bevor die Experimentalphysiker jetzt die supersymmetrischen Teilchen nachweisen können, da haben wir schon mal auf die Schnelle einen kleinen spontanen Symmetriebruch eingeführt. Das heißt, wir brauchen ja oberhalb einer bestimmten Schwelle, wie wir ja schon gesehen haben, diese Teilchen, da wären sie uns gut zu diensten. Unterhalb, das ist jetzt die Krux, dürfen sie aber nicht sein. Warum? Beispielsweise wäre das S-Elektron oder Selektron, also diese supersymmetrischen Partnerteilchen der Fermionen, denen stellt man dann ein S vor. Früher nannte man das irgendwie noch symmetrisches oder supersymmetrisches Teilchen, irgendwann ist es nur noch das S gewesen. Also so ein Selektron, das wäre jetzt ein Boson, das Teilchen zum Elektron, das Partnerteilchen, dieses Selektron als Boson, tja, hätte alle Eigenschaften identisch mit dem Elektron, nur es unterliegt halt nicht dem Pauli-Prinzip, weil ein Boson. Das ist natürlich fatal, weil die würden sich jetzt um einen Atomkern tummeln, würden die Ladung komplett abschirmen, es würde gar keine sinnvollen Atome mehr geben, im Endeffekt. Es würde uns nicht geben, es würde diese Videoreihe nicht geben. Also, unterhalb dürfen sie halt jetzt nicht sein. Ein kleiner Schönheitsfehler, aber wie gesagt, so ein spontaner Symmetriebruch, der ist ganz schnell eingeführt und alles ist wieder gut. Werfen wir mal einen Blick auf den Gesamtschaden, auf das sogenannte M-S-S-M, das minimal-supersymmetrische Standardmodell. Gut, wir müssen jetzt zu jedem Fermion ein Boson dazu tun und da stellen wir ein S davor. Eines haben wir schon kennengelernt, zum Elektron kommt das Boson-Selektron oder S-Elektron. Entsprechend gibt es zum Myon ein S-Myon, zum Tau ein S-Tau, zu den Neutrinos, jeweils S-Neutrinos, zu den Quarks, jeweils S-Quarks. Also, die theoretischen Physiker sind hier nicht besonders kreativ in der Namensgebung. Aber, wie schaut es aus mit den Bosonen? Da haben sie sich doch was einfallen lassen. Da wird nämlich die Silbe I-No nachgestellt. Also, wir haben jetzt zum Beispiel ein Higgs-Sino, das ist jetzt das das Fermion zum Higgs-Boson. Dann haben wir jetzt zu einem Photon ein Photino, zu einem Z-Boson ein Cino und jetzt mein persönlicher Favorit zum W-Boson ein Vino. Und all diese supersymmetrischen Teilchen hier würden jetzt ein neues Standardmodell konstatieren. Diese supersymmetrischen Teilchen, die würden jetzt eine ganze Reihe von theoretischen Möglichkeiten bieten. Insbesondere wäre es möglich, diese lästigen Divergenzen einzufangen, die uns ja schon begegnet sind bei der Vakuumenergie. Wenn Sie sich erinnern, da hatten wir immer mehr Feynman-Diagramme mit irgendwelchen Teilchen und die tragen dann immer mehr zur Gesamtenergie bei und dann fliegt uns das irgendwann um die Ohren, weil es einfach unendlich wird. Hätten wir aber zu jedem Teilchen ein korrespondierendes supersymmetrisches Partnerteilchen, das sich nur durch den Spin unterscheidet, in allen anderen Quantenzahlen aber identisch ist, dann würden diese Partnerteilchen jeweils denselben Beitrag zur Vakuum-Polarisation oder zur Vakuumenergie beitragen, aber mit umgekehrtem Vorzeichen. Das ist einfach der Clou. Die heben sich alle weg, diese Beiträge. Das ist eigentlich dieser Kerngedanke. Jedes Teilchen liefert einen Beitrag, das supersymmetrische Teilchen liefert denselben Beitrag, aber mit umgekehrten Vorzeichen und die Gesamtenergie bleibt wunderbar harmlos. Das schreit natürlich nach einem Nachweis dieser Teilchen. Ja, aber wie gesagt, LHC zickt noch ein bisschen. Also am LHC will es sich noch nicht zeigen, das Teilchen. Es gibt noch eine Möglichkeit. Es gäbe eine Prognose. Diese Theorie, die supersymmetrische Theorie würde voraussagen, dass das Proton zerfallen müsste. Nach sehr langer Zeit, aber es müsste irgendwann zerfallen. Da reden wir von 10 hoch 31 bis 10 hoch 36 Jahren, also angesichts eines Universums von 13,8 2 Milliarden Jahren sind das natürlich immense Zeiträume. Wie wollen wir das jemals messen? Naja, wir nehmen einfach sehr, sehr viele Protonen, stellen die irgendwo hin und schauen, ob welche zu fallen. Und da kommt natürlich sofort wieder Super Kamiokande ins Spiel. Wenn Sie sich erinnern, dieses Experiment, mit dem wir die Neutrinos detektieren, das sind 50.000 Tonnen hochreines Wasser und und das und das ist in einer alten ausgedienten Mine in Kamioka unterirdisch geschützt vor der kosmischen Strahlung von anderen Störeffekten, die einen Hintergrund hier sonst ausmachen, den wir kaum mehr separieren können. Also hier sind wir geschützt, weil wir wollen ja einen wahnsinnig feinen Effekt rauskitzeln. Ein solches Zerfallssignal eines Protons wäre klar zu unterscheiden von einem Neutrino-Durchgang. Das wäre eine ganz eigene Signatur und jetzt stellen sie sich einfach mal hier auf die Lauer und und warten. Alles kommt zu demjenigen, der es versteht darauf zu warten. Aber es tut sich nichts. Tja, wie viele Protonen haben wir da in Super Kamiokande? 50.000 Tonnen Wasser wären etwa 10 hoch 34 Protonen. Das Experiment ist seit 1996 in Betrieb. Also wenn sich in dieser Zeitspanne nichts tut, da sind sie schon mal hoch mit dem Erwartungswert eines Zerfalls. Also die mittlere Lebensdauer des Protons müsste dann schon 10 hoch 35 Jahre sein. Das ist immer noch verträglich mit einer supersymmetrischen Theorie. Aber die Luft wird dünner. Der LHC macht Druck von der Energie Seite her scheucht hier die letzten potenziellen Nester auf, in denen sich noch Teichen versteckt halten könnten. Kamiokande forscht Super Kamiokande muss man eigentlich sagen. Der Nachfolger wird Hyper Kamiokande sein, wenn wir es denn finanziell stemmen können. Dann sollen 260.000 Tonnen hochreines Wasser wieder in so eine unterirdische Geschichte rein und dann spätestens dann muss ich mal sagen muss jetzt das supersymmetrische Teilchen hier mal die Hosen runterlassen. Also hier wird es sich zeigen oder nicht zeigen. Also warten wir es ab. Eine hochspangende Theorie, die viele Probleme lösen würde. Ein weiteres Ass im Ärmel dieser supersymmetrischen Theorie wäre das Teilchen, das überbleibt nach der gewaltigen Zerfallskaskade. Das leichteste Teilchen müsste überbleiben. Es kann eben in nichts anderes supersymmetrisches mehr zerfallen. Und einen Namen haben wir natürlich auch schon dafür. Man nennt es das Neutralino. Es würde mit seiner großen Masse wechsel wirken, aber eben so gut wie nicht elektromagnetisch. Damit Sie erraten es sicher schon. Es ist ein idealer Kandidat für die dunkle Materie. Also die Frage wird jetzt sein, laufen hier alle Linien tatsächlich zusammen? Das wäre natürlich das, wovon die Theoretiker träumen. Oder wird der Hyper-Kamiokande dieses Traumfloss mit der Abrissbirne platt machen? Das wird sich zeigen. Das ist das Spannende an der Wissenschaft. Liefert am Ende die supersymmetrische Theorie tatsächlich auch gleich noch eine Lösung für die dunkle Materie? Jenseits des Standardmodells angekommen, werden wir uns natürlich jetzt mit diesen Fragen beschäftigen müssen. Was ist überhaupt dunkle Materie? Wie können wir ein ein Bruch ein Bruchteil ist, was an Energie eine Rolle spielt im Universum? Das wird ein bisschen unter dem Oberbegriff stehen, was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist ein Ozean. Und in diesen Ozean, da wollen wir jetzt eintauchen. Ozean.